Ladies and gentlemen, liebe Pelikaner, willkommen zurück zum Master Effect 2, TDFLP, ihr euch Dinger am Start. Letztes Mal haben wir hier den Club unsicher gemacht, haben einen Drink genommen, sind fast gestorben, haben den Barmann dafür getötet, sind dann in der Gosse aufbewacht, und jetzt müssen wir den alten Archangel-Comp finden, dazu müssen wir zum Transport-Depot. Oh, Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zähnenspitzen. Ich war früher schon mal geschäftlich hier. Danach braucht man außer der Norman. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Los geht's besser. Ach ja. Wir haben schon ein Strichchen gut, Alter. Das ist nicht schlecht. Oh, hier kann ich die auswählen. Oh, oh, wie muss ich das eine, die muss ich hier... Oh, automatischer Stufe aussteigen. Wir werden mal bei denen einfach automatisch steigen. Okay, alles gut. Okay, ich dachte, die skillen sich selbst, aber nee, waren sie nicht. Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Sagen Sie uns einfach, wo wir hingehen sollen. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt für mich nach einem Selbstmordkommando. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelehnt. Nun, wir haben vielleicht einen Weg rein. Wobei das Rauskommen eigentlich viel interessanter ist. Denken wir erstmal darüber nach, wie wir ihn finden. Okay. Ähm. Okay, hier gibt es keine Karte. Shepard, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mags und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn Sie sie vor Ihrem Abzug schwächen, verbessert das Ihre Chancen. Trauchen Sie was? Hören Sie Schwäche? Führen Sie Eclipse an. Haben Sie das Ganze alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie? Das Hauptaugenmerk des Angriffs liegt also auf dem Infiltrationsteam? Es ist Tareks Plan, nicht meiner. Er will nicht noch mehr Männer verlieren, darum schickt der Freischaffende Visier an die Front. Archangel kann nirgendwo hingehen, also wird es nicht schaden, es mal zu versuchen. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück. Sie verstecken sich also einfach hier, während die Freischaffenden draufgehen? Ganz genau. Sie werden dafür bezahlt, ihn zu beschäftigen. Mehr nicht. Ob Sie überleben oder nicht, liegt ganz an Ihnen. Ich gehe dann mal. Okay, okay, okay. Okay, das darf ich nicht mehr auf die Fahnen Ah Ah Okay, ich starte den Heck ... ... Yeah man, das machen wir auch! Ich glaube, dann sind die nicht mehr so asozial zu uns, wenn die uns in den Countdown... ... oder die kämpfen dann für uns oder sonst weiss... ... ... macht schon mal Sinn! Wut? Das ist doch unser Freund? Doch nicht... dass sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind stellen sie ihre Fragen und dann gehen sie ich muss jetzt los wurde aber auch Zeit das sieht ziemlich badass aus, muss ich sagen äh, wo muss ich denn hin? wir lassen die Krister lassen sie uns in Ruhe hin ah, jetzt wollen sie oh, kein Heisen hier WTF? so, ich bin jetzt erstmal hier oh shit wow, wir werden richtig gut in diesem Hacker Shit Credits was ist da hinten jetzt? ich werde einen abschießen hier ist auch eine Tür, hier sind noch voll viele Türen und so wir wollen erstmal alles auch, wir checken das alles auch hier ist gar nicht einer haben was anderes zu machen erstmal hier ist so 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 евend das war richtig stupend gues r r r so r r r Was ist das hier? Ah, Sachen Waffe, Schmuggelsachen Energiezellen Blizidschranken Und dann schießen welche, was kommt mit den Wichsern? Das geht besser KfK Ah, da ist der Lolo, Lolo, Lolo Sergeant KfK Ah, Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig Haben Sie auf uns gewartet? Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Ja, da blutzt einer. Führen Sie den Angriff an? Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freie Schaffende wie Sie haben das Privileg. Roger, Bravo Team. Los, los, los. Okay. Habe ich jetzt nicht verstanden. Auf Dark Angel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht. Sie arbeiten zu... Nice. Sieht nicht so aus, als würde Archangel noch viel Zeit bleiben. Allzu lange sollten wir aber nicht warten. Wir bereiten diesen Kerl selbst eine Überraschung. Da kommt der Jäger! Fass sie fertig! Schuss! Okay. Wir haben die Fisser erfolgreich verarscht. Glaube ich. Damit lässt sich was anfangen. Ja, wir wissen nicht, wie ihnen geschehen. Voll im Ziel! Ähm, wieso verliert er so viel Leben? Oder verliert er nicht für den? Oder verliert er viel Leben? Schell, Digger. Wir sind. Ardangelo? Ich mag den. Der Snipert gerne. Der Uhrensohn, der immer gestorben ist. Was machen Sie hier? Ich freue mich ebenfalls, Sie wiederzusehen. Ich bin nur überrascht, Sie hier einzutreffen. Geht mir genauso. Der war so witzigermaßen schreckt ein. Das ist ein schönes, freundliches Gesicht zu sehen. Söldner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Also, reingekommen sind wir. Aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht. Nein, wird es nicht. Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert es genauso. Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Also sitzen wir nur rum und warten, bis Sie uns ausschalten? So schlimm ist es gar nicht. Bis jetzt konnte ich Sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind. Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in Ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan. Aber es ist ein Plan. Die Schleicherei liegt mir ohnehin nicht. Nehmen wir mal ein paar Söldner aufs Korn. Die Schleicherei liegt mir ohnehin nicht. Nehmen wir mal ein paar Söldner aufs Korn. Schön, dass Sie sich überhaupt nicht verändert haben. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass Ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eklips würde ich meinen. Das sind weiteres mehr als nur Speer. Nein, ich konnte nicht abdrücken. Wir sollten uns bereit machen. Ich bleibe hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Und Sie machen das, was Sie am besten können. In alten Zeiten, Shepard. Heizen wir den Mistkern mit allem ein, was wir haben. Wisst ihr was? Sein der Zeit, Shepard. Ich kann nicht so den Munis. Aufpassen, Zebosti entschuldigt Ja, schaffst du gut Oh, was für'n Heddy der bekommen hat Was ist denn so im Schalten? Was ist denn so im Schalten? Ah, hab ich jetzt erst das eine drin oder was? Oh shit, ich hab das nicht Ah ja, der hat eine Barriere, ich hab's schon mal Oh, was ist denn so? Nicht nur da wo die Bitches Wir brauchen jetzt... Boah, ich hatte was Was? Das hat wehgetan Alter, das ist sehr modifiziert Naja, überlebe, überlebe So witzig Wört mal locker Was ist denn so? Was ist denn so? Wie bleiben wir hier stehen oder nicht? Ich weiß nicht Ich bin nicht verschlossen Oh shit Ich würde halt gern das eine haben Nicht dahin gehen, hier entdecken und landen Kurze, präzise Seilen, Jungs Kurze, präzise Seilen Kurze, präzise Seilen Kurze, präzise Seilen Das ist richtig aufregend Sind hier schon welche? Das ist natürlich Kein Ding für mich, die zu zerstören Ja? 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 Wo sind die Pisschen? Wie geil Er hat ihn einfach hochgenommen und hat ihn angezündet Nice shot, Bitch Wenn man will, dass was ordentlich erledigt wird Also gut, zeigen sie mal wie sie damit fertig werden, Archangel Das Ding ist, die haben die gehackt, gleich gebaus Los! Online! Verdammt, jetzt schicken sie schwere Mix los Das Problem müsste sich eigentlich von selbst lösen Ja, Mann Das wird witzig Okay, da wollte ich nicht drangehen Du wirst aber sehen, wie er sich selbst lösen Wieso kann ich ihn nicht mal bei Daten-Teams Hört mich nicht mal kommen sehen Die Clips-Söldner haben es ins Innere der Basis geschafft Den habe ich nicht geputzt Das wäre ein Schaden Es hat ja keinen Sinn, unseren Typen zu töten, na? Mit der er die alle tötet Hohoho Das geht gleich hoch Alter Die haben keine Lebensanlage Warum hat die Waffe nicht das eigentlich? Das kann ich mal da auch auffeuern, aber das ist doch gut Bluter Schuss Das ist ein Schaden, würde ich sagen Warte, den müssen wir erstmal Boom, boom, boom Easy! Get dragged some Easy, Digga, easy Das waren anscheinend alle Suchen Sie mich, bevor die sich neu formieren Warte, können wir jetzt auch unseren Sniper damit auffüllen? Nein, das ist doch anscheinend schon Yeah man, nice Cool! Das haben wir ja gut hinbekommen, alter Den alten Gareth Sparrow Gareth Sparrow Hier zu helfen Oh nein, soll ich das hier sehen? Mein Spaggius Das wollte ich eigentlich nicht Ja, ich komme Ich komme Ich wollte nicht da drangehen, aber ich komme Ich bin hier So Es geht Garos Bambarus Sie haben sich drauf, Shepard Sie sind kaum an mich rangekommen Und Jareth haben wir dabei auch noch erwischt Ich war schon seit Monaten hinter dem Bastard her Warum waren sie hinter ihm her? Er hat verdorbenes ISO im gesamten Citadel-Gebiet transportiert Die Hälfte der Ware, die ich bei C-Sicherheit beschlagnahmt habe, kam von seinen Leuten hier auf Omega Ich habe vor einer Weile eine große Lieferung abgefangen und dabei seinen besten Lieutenant erledigt Es überrascht mich nicht, dass er danach beschlossen hat, mit anderen Söldnern zusammenzuarbeiten Es sind immer noch Blood Pack und Blue Sons übrig Sollen wir versuchen durchzubrechen? Vielleicht Mal sehen, was sie vorhaben Sie haben Verstärkung auf der anderen Seite Und zwar ordentlich Aber sie kommen noch nicht über die Brücke Worauf warten die bloß? Was zum Teufel war das? Verdammt, sie sind in der unteren Ebene Tja, irgendwann mussten sie einmal ihr Hirn einschalten Kommen sie besser hier runter Shepard Ich halte die Brücke frei Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um sie jetzt sterben zu lassen Wir teilen uns in Zweiergruppen auf Einer aus meinem Team bleibt hier Sind sie sicher? Wer weiß, was da unten auf sie wartet? Gutes Argument Ich werde sie bei mir behalten In Ordnung, sie gehen jetzt besser Wir sind unterwegs Gehen sie eine Ebene tiefer Die Kellertür ist an der Westseite des Hauptraums, hinter der Treppe Ich funke ihnen Richtungsanweisungen, wenn sie Hilfe brauchen Aber sie müssen schnell da runter Viel Glück Okay Dann werden wir in der nächsten Folge da runter gehen Like a boss Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übergeben Pelikaner Haut rein, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal